Hallo Ich bin's hier wieder, ne? Eurer Simon aus dem Schnitt Ich wünsche euch Schönen Zuguck, ne? Zuguck wünsche ich euch schön Ich werde wahrscheinlich keine Cuts einsetzen, wie ich so wahrscheinlich gesagt hab Wir werden wahrscheinlich direkt spielen, ne? Bei einem musst ihr leider warten Viel Spaß mit der 31. Minute und tschüss Ich bin gerade mit meinem, mich so groß Der sucht den goldenen Die man sieht so Ja Entweder das war ein Bot oder ein Suchti. Nein, ich hab den auch. Mir fehlt nur noch eine Aufgabe. Dieser Salat, ne? Das ist halt zu beißen. Bisschen Salat, ne? Hab ich mich schon wieder angehört, als hab ich... Ach ja, die Wüste bleibt dann langsam schon wieder... Rot, Gelb. Phase 2, lande bei Viertelviertel. Leck, oder vom Arsch, ich auch. Als wenn du das schon hast. Ach so, ne? Ich hab's jetzt. Ne, das geht ja. 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 Hat Pokemon gesagt, I love the Farms. Und Tim hat halt gesagt, ich liebe, äh, wie heißt... Ich liebe, ähm... Beauty Gloof, ne? Hat er gesagt. Ja. Und beide Sachen haben sich verändert. Eine Farm ist weg. Und beim anderen da ist es eingefroren. Ja. Es wird... Also, die Vermutungen sind draußen. Und zwar werden... Dass es auftaucht und dann wieder aufgeht, oder wie? Nein. Ja. Aber... Wenn das halt ganze schmilzt, das ganze Schnee. Wo soll dann das alles hin? Wahrscheinlich wird dann, äh... Dass die Divert überflutet sein. Wahrscheinlich. Au. Oh. Ludwig wird überschwemmt. Thetaoas wird sie wahrscheinlich auch überschwemmt sein. Oh. Niemand weiß. Thetaoas wird so ne reine Wasserlawine geben. Neues Live Event. Tsunami. Wooooooom. Leo ist ins Wasser gesprungen. Geh, Leo guckt auch meine Videos. Oh! Oh! Fuck! Sorry, Leo! Leo, es war nur ein Witz. Jemand sagt auch immer so ne Scheiße über dich. Er sagt, wenn Leo im Gang rennt, dann rappelt alles. Wenn Leo das macht, dann raffelt alles. Der sagt's auch. Nö, natürlich guckt er's nicht. Oh, guck's an. Aber manchmal ab und zu guckt er vorbei. Oh, Bobby ist wieder auch. Sorry, Leo. Können wir Freunde sein? Ja, ähm, nein. Das schneid ich weg. Ja, okay. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Er guckt ihr wahrscheinlich nicht. Ein bisschen gut, genau. Guckt bei mir vorbei. Grenadewerper. Ich weiß, dass du ihn noch ausschneidet, Simon. Eigentlich weiß ich das. Oh ja, Zona. Zona, Zona, gut, gut. Oh, Chinesen liest ihn da raus. Ja, gut. Oh, wir dürfen doch eh sterben. Ich hab grad bemerkt, dass wir Schild genommen haben. Warte, warte. Lass mal ne Challenge bauen, ja? Vielleicht so ein Parcours. Ja, ha, ha, ha. Ich hab' das mal gefallen oder so. Unser Team hat halt echt schon ein Kill, ne? Wow. Applaus, plaaass. für deine mutter. mein arsch geht auf. wenn ich dich seh. ich komm so weit hier nicht klar. jetzt kommst du weiter. kann man jede scheiße aufnehmen wenn ich will ne. ich kann zweimal auf shape drücken und sagen ja cool ich bin youtuber. hi wie gehts heut. ich liebe es youtube zu machen ne. ich auch. auch wenn ich davon kein geld verdiene ist mir eigentlich scheißegal. ich habe jetzt drei taschenrisse hintereinander gezogen. okay. hast du dort diesen taschenriss? ne. meine mp, meine mp, meine mp. ich hab ne heavy jungen. achso du hast ne. ja. ich hab ne heavy. ich hab ne blaue. wie du hast ne blaue heavy. ah god. die zone. komm. nein. oh gott italiener. tut mir halt joseppe. mafiosen. oh beide 50 live. beide deutsch. pardon. tut mir leid. kein mensch hittet so heftig auf 1 hp. oh. ja. ja. landet. ich hab ne verwendung vom puzzle. du haben. oh du hattest rocket moon. danke. ja bitte. verschweigen bin ich. alter wie lange das darf ich nicht sparen, alter. und ähm. oh wir haben tankles! Ey, warum kommen hier so viele? Wer guckt gerade die scheiß Warbung? Oh, fuck! Ich werde die Wegeleiten! Oh, fuck! Ich werde die Wegeleiten! Das ist so komisch. Oh, Gott! Da kommt ein Flugzeug auf mich zu gerast! Ich glaube, du erinnerst dich, Gitter? Oh, Gott! Leute, wenn ich das Video finde, dann lade ich's durch, ja? Einen, ob das mit GTA? Ja, dann bleiben die sein, wahrscheinlich. Ich muss einfach nur herunter scrollen. Nein, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich's da dann aufgenommen hab. Da kanntest du, glaub ich, noch gar nicht Share Factory, Demon. Doch, ich hatte dort schon lange Share Factory, nur ich hab's gar nicht geblickt. Best man in the world! Ich rosier grad irgendwie. Oh, Leute, ich hab einen geschützt. Ich rosier gerade vor allem fast alle meine ganze Magazin. Deutscher Bomba, attack me! Ne, ne, ist leider, ist leider ein afrikanischer Bomba. Ich bin wegen Zollstein schon wieder gestorben. Gabriel Neusseli hat die Landung-Firma seit 27 Metern. Leute, tut mir leid, wenn ja gleich meine Eltern reden heute noch. Wagen, stimmt. Einfach kurz, ne? Ja. Oder auch gar nicht. Man hört hier so, pardon, was? Pardon, du? Pardon, wie? Pardon, Amanda. Oder die sind grad auf dem Klo. Ja. Und ficken. Und ficken. Super darf sein. Wenn ich das schneide, würde ich dann nur so einblenden, warum ich das gesagt habe. Ich würde sagen, warum hab ich das gesagt, so einblenden, so als Schriftzug. Ja. Und dann halt meine Wörter benutzen als Maul, Gabriel. So als wegpiepen, weißt? Man probiert mich zu snutten. Hör mal auf dir zu furzen, du, dahinten. Gabri hinter hier. Gabri hinter hier. Gabri hinter hier. Gabri hinter hier. Ja zschl! words bronze winrun hey du da Hi, das kostet meine Granaten. Hi! Kennst du meine Granaten? Hey, kennst du meine Granaten? Ey, du da! Ey! Oh! Der hat ein Colab gemacht, der uns beide mit einem Schuss gibt! Was ist ein Colab? Ich hab doll kit! Ich denke, ich hab acht. Go, go, Power Rangers Diese Royaler Bombe da unten hat mich gefucking killt. Ich glaub's nicht. Ich fall wieder unter. Diese Flugzeug, Simon! Komm, steck ein! Nein, warte, warte! Flieg, flieg, flieg! Flieg los! Mach mal den Zaun hinter mir weg! Atom-Gehler! Atom-Bombe-Attacke! Das bähnt mich voll, vielen Dank! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Alter, halt, hopp! Ich glaub's nicht, wieder Explosions-Waffen, weil jeder jetzt die Scheiß-Mission machen will! Nee! Hm... Ich brauche Raketen-Munition, hast du bereit? Die klauen zum Glück nicht mehr, wenn ich mehr loot habe. Ne, brauche ich selber. Pardon, was? Warte Simon, komm hier runter. Hier unten gibt es noch, wieviel Stück? Acht Stück, weil du Bock hast. Wie habt ihr das Spiel auf das Spiel, was Schaden bedeutet, ja. Oh, du haben was interessantes. Hallo, Junge, ich habe gerade, ich mache ein Video. Ich kann das nicht hochladen. Warum? Ich will familienfreundlich sein, Junge. Ich lad das nicht hoch, Alter. Ja, Pip ist einfach weg. Aber trotzdem, man hört sich so ganz leise. Immer. Stimmt. Immer so ganz leise hört man sich. Nein. Nein. Nein, Mitte nicht. Nein, Gott, Alter. Ich spremme dir das mittlere Gebäude mit. Äh, ja. Irgendwo. Ich habe da geklappt. Hi, mein Name ist Simon. Hi, mein Name ist Simon. ich dachte ich habe also ich hab mir spüren wo das war come chinesen müssen noch zehn leute leute hey mein name ist simon mein letzter schuss connective hallo ich hatte fast den grad runter bau nochmann feger gegen den schaden zu war die beiden johne